Wir haben in dieser Woche im Besuch von Präsident Obama gehört, wie wichtig das Thema TTIP ist. Und wir meinen auch, dass es gerade für die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und für die deutsche Industrie ein wichtiges Abkommen ist. Und wir erwarten von unserem Koalitionspartner, dass er dies auch so klar und deutlich formuliert und nicht mal ein bisschen hin und her schwankt, sondern dass man sich klar dazu bekennt. TTIP sichert Arbeitsplätze und TTIP sichert auch die Exportchancen für die deutsche Wirtschaft. Es muss schnell kommen. Amerika schließt immer mehr Freihandelsabkommen ab. Und es darf niemand glauben, dass wenn Amerika eine ganze Reihe von Freihandelsabkommen abgeschlossen hat, dass es dann andere Bedingungen mit Europa geben wird. Das ist also wirklich naiv und deswegen müssen wir jetzt schnell handeln.